Was brauchen wir denn? Kann man eigentlich aus Seeds irgendwas noch Gescheites herstellen? Okay, es sind nur Seeds. Das heißt, wir haben... Ja, dann können wir irgendwann aber die Seeds wegwerfen. Daran lohnt es sich nicht, die Ampfer wegzuwerfen. Was? Ja, am Anfang, aber später, wenn wir... Wir haben ja jetzt schon sehr viele Seeds. Irgendwie mehrere Stacks. Ja... Hm... Obwohl, mir fällt gerade eine Idee ein für ein... Müssen wir unbedingt mal noch so... Äh... für ein Aufzug. Aufzug könnten wir auch noch bauen. Es ist nur die Frage, wie ich den dann... Wie der dann funktionieren soll. Wann können wir so viel? Ja, aber... Äh... Äh... Aufzug... Aufzug will ich ja noch später nochmal in der... In der größten Dimension, wie man es hier eigentlich... In der größten für mich Idee... Äh... Hilfst du mir jetzt, oder? Ja, ich... Ich bin nur noch mal in die Küche... Hm... 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 Zack... Hm... Ob etwa wo... Ob etwa... Hier kann man... Hier kann man... Hast du wenigen Spitzhacken? Also der Großteil ist jetzt... Du kannst eigentlich da... Wenn du gerade da durcharbeitest dich... Kannst du... Oh ey... Äh... Tja... Einfach mal arbeiten... Einfach mal aus deinen Kloppen... Und... Zack... 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 Aber den Stein kann man auch schon brauchen wieder... Weil... Für unsere... Unser Schloss... Das unser erstes Bauprojekt werden... Soll... Wir muss... Wir müssen leider von einem anderen Bauprojekt als erstes mal absehen... Weil... Ja... Es kostet... Es kostet zu viele Ressourcen, die wir... Ja... Irgendwie jetzt nicht haben... Sonst müssten wir die... Diese Season 200 Folgen lang werden lassen, oder? Wär ja auch irgendwie... Und was dann ja auch bei uns... Eventuell eine Blockart noch fehlt... Ja... Aber die müssten ja erst an den neuen Büromen entstehen... Also... Ja... Und... Das müssen wir dann aber auch erstmal finden... Ja... Oh... Alles so nah beieinander ist... Und nicht immer alles... Die... Das erste Projekt... Äh... Das könnten wir... Aber da fehlt uns die richtigen... Äh... Bäume und sowas... Und... Das ganze Gold... Für... Das wir das Projekt brauchen... Viele, viele Gold... Viel... 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 Gold... Ja... Zack... Oh... Ich hab Eisen gefunden... Oh... Kann sogar mehr heißen... Kannst ja gleich mal einsammeln... Ja... Hab ich schon... Ich hab grad gemerkt... Dass die... Dass ich ein bisschen... Äh... Bisschen... Bisschen... Falsch gebaut hab... Was heißt... Ja... Ich hab ein bisschen... Äh... Jetzt erstmal nur dieses... Äh... Das was wir zur Verfügung haben... Weil... Was anderes bleibt uns ja jetzt zuerst... Äh... Ja... Außer den Boden... Also... Alles sollte... Aufs Stein bestehen... Sagen wir es so... Also... Es geht auch... Cobblestone... Äh... Ja... Aber... Besonders die Mods machen... Also ich hab bis jetzt... Nur nicht geschafft... Irgendwie sogar Mods... Auf mein... Minecraft zu ziehen... Ich hab das... Nur bisher geschafft... Ein Mods Pack... Also... Habs schon geschafft... Mit ner Minimap... Und Flans Mod... Ja... Der alte Computer... Nicht geschafft... Gleichzeitig... Äh... Ja... Die Wand müssen wir da auch noch ganz ersetzen... Vom... Mit dem... Gegen das Käse... Also... Oh... Da war halt nur eine Wand... Ja... Boah... Für die U-Bahn... Ey... Übelst das U-Bahn-Netz... Überleg dir mal ein U-Bahn-Netz... Wie viel das Arbeit ist... Das Ganze abzubauen... Sehr viel... Aber wir können natürlich auch... Sprengstoff farmen... Und damit das U-Bahn-Netz bauen... Sondern mit... Sondern mit... Aber willst du... Was? Willst du das wirklich mit... TNT machen... Ja... TNT ist ne einfache Methode... Sehr viel... Weil... Äh... Es ist ganz genau definiert... Wie groß das Loch ist... Also... Es wäre jetzt nicht die schlechteste Idee... Das hat meine... Meine... Schaufelgeist aufgegeben... So... Hm... Tak... Tak... Was machst du jetzt schon wieder? Dein Brennen... Auf die wohl billigste Möglichkeit... Ohne... Viel... Rot... Zufall... Also mit Holz... Holzkohle... Ja... Und dafür erstmal jede Kiste... Aber irgendwie ist das doch auch paradox... Für ein... Für eine Holzkohle... Kannst du dir... Äh... Acht Holzkohle brennen... Weil das ist ja so... Es ist zwar... Sehr günstig... Aber... Ja... Man benutzt eben... Holzkohle... Eher nicht im Spiel... Das benutzt nicht viele Leute... Zag... Sollte man denn auch Holzkohle benutzen? Die sieht hässlich aus... Man muss dauernd Holz farben... Ja... Äh... Es ist eben ein nach... Äh... Natürlicher Brennstoff... Nachhaltiger Brennstoff... Eher...